Die sind schon im Nebenraum zu zweit, die rushen, kommen direkt an die Wand hin. Im Nebenraum? Ja, beim Live-Ping. Also in der Stadion machen. Ahja. Wo ist die, wenn du kommst? Äh, ich sag dir was, das passt schon. Jetzt sitzen wir wieder hinter diesem Nebenraum drin. Ich hab einen down. Kamera ist weg. Ich hab einen von hinten. Wo war der getaunte? Der geht noch zu der, der es war... Ich treff's nicht, ne? Hab sie. Es sind noch drei draußen, die sind noch draußen. Geh jetzt auch da vor Richtung Süden. Cafeteria sind sie auf jeden Fall oben. Also vor dem, oder? Ja. Okay. Okay. Ja. Einer geht jetzt hoch wieder auf diese Vorplateau. Heute zu dir könnte er kommen. Seh ich aber nicht genau. Im ersten Stock halt, ne? Ich weiß nicht, was du meinst. Die Terrasse im ersten Stock, wo man mal reingeht. Cafeteria. Ja, das könnte sein. Ich kenne die Zimmer in der Welt echt schlecht. Das ist doch die gleiche Welt wie die Welt hier an deinem Max. Einen hab ich. Oben was ist? Ich hab ne Cafeteria hab ich den... Fuse. Ich komm mal hinten. Einer noch da oben drauf. Vorsicht! Live ping, ne? Ich hab da gepinkt. Er ist oben auf dem Dach noch. Die Heepbanner ist das. Ja. Hier ist es runtergeküpft. Das ist die Ash. Hab sie. Eine noch bei Cafeteria dann. Das ist die Heepbanner da oben. Ja. Ja. Da am Fenster, genau. Hat auf mich reingeschossen. Nein! Schießt bitte, schießt. Bleib unterm Fenster. Schießt, die macht nicht... Ja, ich hab's versucht. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Hab sie. Gegner eliminiert. Mission erfolgt. Ich hab neben mir hingeschossen. Beim Kopf. Guck. Oh, schön.